Herr Rulff, wer sich ständig anbiedert, wird abgestoßen. Vielleicht haben Sie das in Ihrer eigenen Fraktion ja schon erlebt. Und was Sie hier zum Beispiel heute mit Ihrem letzten Antrag, zu dem Sie wahrscheinlich sprechen gleich, vorgelegt haben, das ist wieder so eine Anbiederungsnummer, die Sie hier abziehen. Das heißt also, Sie versuchen kurz vor Tores Schluss noch zu punkten oder bei einer Klientel zu punkten, für die Sie sich anmaßen, ganz alleine hier in diesem Hause Verantwortung zu tragen. Sie täuschen also etwas vor, wenn Sie Ihre Wahlergebnisse sehen und die Umfragen, die neuesten, was in der Realität überhaupt gar nicht vorhanden ist. Das schwirrt nur in dem Köpfchen vom Fraktionsvorsitzenden der extrem liberalen, kapitalistisch orientierten FDP herum. Und das nur noch wenige Stunden. Denn dann ist für Sie hier Feierabend. Und in der nächsten Legislatur ganz sicher sitzen Sie nicht auf irgendeinem Stuhl und können hier diese primitive, ich möchte sagen populistische Nummer abziehen in Richtung Mittelstand, was Sie hier heute noch tun können. Das vorab. Das Zweite ist, die FDP hat mit sehr viel Euphorie hier vor fünf Jahren und auf relativ, oder ich möchte sagen relativ schwach begonnen. Aber das, was Sie hier jetzt zum Schluss abliefern, da sind Sie auf einem Niveau angekommen, das kann ein Sechstklässler auch aufschreiben, der ein klein bisschen von Zuhausebildung mitbekommen hat. Denn in den Schulen hier in Mecklenburg-Vorpommern spielt der Unterricht, was also Wirtschaft und Selbstständigkeit, Unternehmerkultur etc. etc. überhaupt gar keine Rolle. Und das haben Sie nicht zu verantworten. Sehr wohl. Das haben ganz andere zu verantworten. Das haben die zu verantworten, die hier 1990 aufgetreten sind und den Leuten etwas von blühenden Landschaften erzählt haben. Und wenn Sie jetzt in Ihrem Antrag hier kommen und so Allgemeinplätze belegen wie, ich zitiere mal, Innovationskraft erhöhende sowie Effizienz steigernde und bürokratiesenkende, zukunftsgerichtete Mittelstandsförderung in Mecklenburg-Vorpommern ist unumgänglich. Ja, sagen Sie mal, da haben Sie auch einen tollen Satz hingefriemelt. Wunderbar. Nennen Sie mir mal einen einzigen, auch nicht Fachmann, der draußen auf der Straße diesem widersprechen würde. Was Sie hier abliefern, Herr Rülf, ist normal, hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Ich vermute, das haben Sie gar nicht geschrieben. Ich traue Ihnen einiges zu, aber das nicht. Und der, der Ihnen das aufgeschrieben hat, ist wahrscheinlich ein Heckenschütze in Ihrer Mannschaft oben, die froh ist, wenn Sie dahin gehen, wo Ihre Fraktion Sie sehen will. Nämlich raus hier aus dem Parlament und raus aus der Verantwortung als Fraktionsvorsitzender der FDP. Und das kann ich und meine Fraktion, können wir sehr, sehr gut verstehen. Noch ein Wort zu dem, was der Herr Wirtschaftsminister eben ausgeführt hat. Herr Wirtschaftsminister, mit Verlaub. Ich verstehe ja, dass Sie frohlocken, weil die Zahlen nicht schlecht sind. Und ich weiß auch, dass Sie, und das meine ich jetzt ehrlich, dass Sie ein Mann sind, der zweifellos, aus meiner Sicht, nicht umsonst ein gewisses Ansehen im Mittelstand genießt. Aber, ein gewisses Ansehen. Aber ich muss Ihnen auch sagen, was Sie hier eben gemacht haben, dass Sie so versucht haben, dass die Zahlen, so wie sie jetzt sind, der Verdienst einzig und allein der Politik in den letzten fünf Jahren dieser Regierungskoalition geschuldet ist, das ist auch ein Amenmärchen, Herr Minister. Ihnen ist zur Hilfe gekommen, dass ganz einfach die Wirtschaft, die kleinen Betriebe, und Sie wissen, dass wir 95, 98, 99 Prozent kleiner als 200 Beschäftigte hier haben im Land, dass nämlich diese kleinteilige Wirtschaft es trotz größter Schwierigkeiten geschafft hat, relativ, relativ das Niveau zu halten, denn viel mehr ist es nicht, was wir vor der Krise hatten. Und wenn Sie dann sich hier hinstellen und von guten Zahlen bei der Beschäftigung reden, dann müssen Sie auch da in die Qualität schauen. Wenn jemand beschäftigt ist, heißt das noch lange nicht, dass er ein vernünftiges, sozial-einkömmliches Einkommen hat in diesem Land. Wir sind nach wie vor ein Land der Hungerleiter. Und wenn man da Nachwuchs rekrutieren will, da muss man auf die Bildung schauen. Denn da sagen die Handwerksmeister, jeder vierte, fünfte Schüler, den ihr uns schickt, den können wir überhaupt gar nicht als Handwerksgeselle ausbilden. Der ist ganz einfach gar nicht ausbildungsfähig. Der ist überhaupt nicht in der Lage, einen Beruf als Tischler, als Schlosser, als Bäcker oder Konditor oder als Mechatroniker überhaupt durchzustehen. Also wer den Mittelstand fördern will, der darf dann auch nicht wie Sie, Herr Rolf, jubeln, wenn wir eine EU-Dienstleistungsrichtlinie hier verabschieden müssen und Sie dann beide Hände heben. Wunderbar, von der EU. Da kann dann alles kommen und zusätzlich Wettbewerb machen, dass bloß die Löhne und die Preise, die sollen ja steigen, aber die Löhne nicht. Und dass das dann nicht geschehen darf, das haben wir seit 1. Mai und haben Sie dann auch wunderbar das begrüßt, dass wir jetzt auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in diesem Land endlich geschafft haben, dass die Friseuse mit 5,20 Euro brutto die Stunde Konkurrenz gemacht bekommt von jemand aus dem Ostblock, dem ehemaligen Ostblock, aus den östlichen Mitgliedstaaten, die dann hier irgendwo vielleicht dann das Gleiche anbietet für 4,20 Euro. Das ist keine Mittelstandsförderung. Sie sind nicht die Partei des Mittelstands. Sie sind naiv, nichts anderes. Ihren Antrag lehnen wir selbstverständlich ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.